Hallo und herzlich willkommen zurück bei Strange of Paradise, Final Fantasy Origin, Bahamut Story. So, wir wollen jetzt hier runter. Wir haben einen Knüppel auf dem Rücken. Ich glaube, der ist irgendwie neu. Hier unten. Ach, hier gibt es den Speicherpunkt. Das ist doch praktisch. So, wir machen erstmal alles kaputt, was wir finden. Nun gehen wir zum Speicherpunkt. Die Sphären. Das erinnert mich immer an Final Fantasy 10 und 10.2. Und auch die Sphären. Ich weiß gar nicht mehr, wo hat man denn bei Final Fantasy Dingsbums gespielt? Dann nehmen wir eben da gespeichert. Oh. Schön, dass ihr mir mal hilft. Oh. Und tot. Wenn wir das immer higher aufbauen können, dann kommen wir nach. Ich gehe wieder super an, hier. Hiffe. Ich glaube, das macht die Sphären. Ich arbeite, ich komme. Oh. Ach, ich gehe. Ich bin tot. Das ist von Kappa-Frau. Das ist von Kappa. Das ist von Kappa-Frau. Das ist von Kappa-Frau. Das ist von Kappa-Frau. Wieso helfen die mir nicht? Die bescheuert? Ich werde bitte hier nicht ständig irgendwas reinpfeifen, nur weil die es nicht hinkriegen, mich zu heilen. Wieso? Kopf ab. Ende. So, und jetzt kommt mit hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gladiatorwappen. Ging es ja nicht mal runter? Ach, da unten wartet sie bestimmt. Die greifen, Königin. Döööö. Oh, okay. Sehr gut. Ist immer gut, wenn ein Weg auf der einen Seite endet. Ah. Aha. Da ist Feuer. Ach, da unten ist die Greifenkönigin. Na, das wird ja jetzt was. Halt, wieso kommen die hier hoch? Oh Gott. Das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Du bist schon Meister. Oh, du bist überall Meister. Warte mal. Hier. Jobmenü. Ach ja, wir haben ja Punkte gekriegt. Ich vergesse das immer. Äh. Meisterpunkte 5. Meisterpunkt auf die nächste Stufe. Ist doch auch alles voll. 30, 30, 30. Oh, hier habe ich auch drei. Vier. 30. 30. 30. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, dann hätte ich vielleicht das mal alles machen sollen. Aber Gruppe ändern. Und zwar werden wir jetzt den Jet austauschen gegen die Neon. So. Wir müssen sie jetzt nur mal gucken schnell. Okay, alles klar. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt vielleicht besser ist. Oh. Das ist ganz schön hart. Ich nehme den hier. Oh. 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 Geh! Er hat den Wind nicht zu tun! Ach, das ist nicht so kompliziert! Jetzt... ich kann mich nicht verletzen! Oh, oh. Hä? Und der her? Hä? So sollen wir jetzt da reinrammeln? Ich glaube nicht. So Leute, wir machen jetzt mal, äh, ich hab da jetzt mal einen Plan. Der Plan ist jetzt nicht so gut. Wir warten, bis das Vieh da weg ist. So, jetzt kommt's zurück. Wartet. Dann rennen wir nämlich da hinten hoch. Wartet. Hä? Ich hab mich doch geheilt, oder? Nicht geheilt. So, sehr schön. Oh, das könnt ihr auch hoch. So, jetzt kämpft ihr mal. So, jetzt kann ich wieder mitkommen. Hä? Was ist das? Äh. Äh. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. erloschen. So, wartet mal ganz kurz die Zeit ab. Und zwar werden wir jetzt mal schnell zum Weisen Adia, Guardia So So Jetzt müssen wir hier wieder alles kaputt prügeln So Oh. Oh nein. Was macht der denn hier oben? Elch. Ah, das ist nicht alles. Ich werde mich nicht gar mit euch daran erinnern. Ich werde mich besonders auf die Hände zu kaufen. Hier ist es noch eine Werteilung. Ich glaube es ist noch nicht so wichtig. Oh Gott, wer ist einfach dran? das war interessant so jetzt Nirvana Gift oh das ging aber fix jetzt oh ne wow was ist denn das für ein Stock ey der geht ja auf so das ist ja krass oh Ja, 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 ja. Sofía, bist du da? Sofía, bist du okay? Sofía! Das ist gut. Sofía? Sofía, bist du? Götte, bist du? Sofía, bist du? Sofía, bist du? Sofía! Sofía, bist du? Basta! Sofía! Oh, wie zieht er jetzt wieder zurück? Oh Gott, sie bringt einfach das Vieh mit hoch Ich fühle mich hier immer gar nicht so gut Ich bin nicht sicher, wo es kommt? Was ist das? Finde ich hier noch irgendwo was? Hab das jetzt kaputt gemacht, den Bomber? Ne, der lebt doch immer noch! Oh nein, ich wollte gerade weg! Das ist ja schrecklich, ich wollte gerade weg! Ha! Oh nein, ich wollte gerade weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich wollte gerade weg! Ja, ich wollte gerade weg! Oh nein! Hä, was du? So, Magiermantel. So, das ging doch schon mal ganz gut jetzt hier. Doch mal die Greifen tue sie da umbringen. Ist das nicht doof? Okay, also einfach nur reinrennen funktioniert nicht. Rein rennen, hoch rennen, weg rennen. Müssen sie voneinander trennen. Das funktioniert hier meistens. Können sie mich irgendwie heilen? Die heilen natürlich alle anderen aber nicht. Die heilen nicht. Ach, man sieht jetzt auch, was die unten sind. Das war ja vorher nicht, gell, vor dem Update. Da hat man nicht gesehen, was die gerade für einen Job ausgerüstet haben. Gut, das geht doch schon mal. Vielleicht soll ich auch mal wieder zum Schmied gehen. Mir was zurechtschmieden. Gleich nach der Mission hier, wenn die irgendwann mal endet. Oh nein. Hey, sie warb keinen. Die kleinen Gegner, die sind was für mich. Oh-oh. Nein, was macht das Vieh jetzt hier unten? Ich sehe dich. Blödes Vieh. Nein, was du hier? Nein, was du hier? Ja. 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 Das ist ein Ernst, der Wärmung ist. Ich bin der Wärmung. Also, ich bin der Wärmung. Das ist ein Leben langsamer. Ich bin der Wärmung. Schallklinge? 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 Sophia, ich will dich! Schau! Schau! Schallklinge? 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 Boah! Besiege die Greifenkönigin Mal wieder So Brecher Brecher wären nur minus 8 Okay, wir versuchen es in der nächsten Folge mal mit dem Brecher Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag Bleibt gesund und standhaft und bis morgen Tschüss Vielen Dank